Ja, also die Zentralbanken sehe ich ja insgesamt sehr kritisch. Wenn sie wirklich das Interesse des Volkes im Auge hätten, müssten sie viel, viel mehr Gold kaufen und niemals eine Unze-Gold abgeben. Denn nur das physische Gold ist ja das Gold, auf das sie sich verlassen können. Also die Zentralbanken haben komplett versagt. Wir haben Inflation durch künstliche, politisch geschaffene Fakten, durch Embargos, mangelnde Rohstoffe und alles Mögliche. Im Prinzip gehört ja die Hälfte von dem gesamten politischen und volkswirtschaftlichen Apparat ja abgeschafft. Und gerade deshalb ist ja die Präsenz in den Medien so radikal geworden, weil die genau wissen, an sich sind überflüssig. Liebe Zuschauer, ihr seht's, ich hab wieder mal einen bekannten Gast auf unserem YouTube-Kanal, Herrn Dr. Markus Elsässer. Ich freue mich riesig, dass er sich heute die Zeit nimmt, mit uns gemeinsam seine Erfahrungen zu tauschen. Nicht nur aus dem Bereich der Rohstoff- und dem Minensektor, sondern vor allem auch als bekannter Value-Investor. Herr Dr. Elsässer ist ja durch die Welt gekommen. Er hat selbst in London gelebt, in Hongkong, ist in London geboren als Sohn eines Botschafters, hat auch in Paris gelebt, absolviert dann eine Banklehre, ein Wirtschaftsstudium an der Universität zu Köln. Und Herr Dr. Elsässer hat gerade eben ein Buch veröffentlicht, die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, was sich auch in der Manager-Bestseller-Liste befindet. Und zwar im Manager-Magazin. Herr Elsässer, vielleicht können Sie es mal kurz in die Kamera halten, das Buch für unsere Zuschauer, weil sie es greifbar haben. Kann ich nur jedem empfehlen. Ihr wisst alle, das beste Investment ist immer das Investment in sich selbst. Lest's gerne durch. Der YouTube-Kanal von Herrn Dr. Elsässer ist ebenfalls unter dem Video verlinkt. Wir steigen direkt ins Gespräch ein und ich freue mich natürlich, wenn Ihr Herrn Dr. Elsässer ebenfalls unterstützt und zahlreich auf seinen YouTube-Kanal rübergeht. Herr Dr. Elsässer, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie mit uns über Ihr neues Buch und vor allem über spannende Fragen sprechen, die unsere Community gestellt hat. Herzlich willkommen hier. Hallo. Vielen Dank. Eine große Ehre, bei Ihnen sein zu dürfen. Danke. Das freut mich. Dankeschön. Herr Dr. Elsässer, wir haben ja spannende Themen, die sich gerade in der Welt auftun. Unter anderem möchte ich vielleicht mal an dem Thema anknüpfen, bei dem wir im letzten Gespräch aufgehört haben, und zwar das Thema Minen. Bei den Minen, gerade in denen Sie schon unterwegs waren in Australien, haben Sie ja schon ein paar Einblicke teilen können im letzten Gespräch. Unsere Zuschauer stellen sich gerade die Frage, was eignet sich wohl besser? Physische Käufe oder Investments in Minen? Wo sind die Unterschiede? Was können Sie den einfachen Anlegern derzeit raten? Und was sind Ihre Erfahrungen gerade aus diesem Minensektor? Ja, ich bin ja ein großer Anhänger des physischen Goldes und auch Silbers. Und das ist natürlich eine sichere Bank, möchte ich sagen. Das Minen, das Investieren in Minen über die Börse ist ein eigenes Metier, was sehr komplex ist. Bei den kleinen Explorationsgesellschaften oder Gesellschaften, die von einer Exploration hin zum Betreiben einer Mine sich entwickeln, das ist, da gibt es viele spezielle Punkte, auf die man achten muss. Für den Normalanleger, in Anführungszeichen, der nicht die Zeit hat, sich da etwas tiefer einzuarbeiten oder nicht die Lust hat, würde ich natürlich die ganz großen Minengesellschaften empfehlen. Und was da wahrscheinlich anstehen wird in den nächsten Jahren, ist natürlich der Aufkauf von kleineren, die einen größeren schlucken wollen, ein größerer, der einen kleineren schluckt. Warum? Weil der Neueinstieg in das Minengeschäft wird in den nächsten Jahren immer schwerer. Es ist schon sehr schwer, aber es wird noch viel schwerer. Und es wird im Prinzip ein Kampf geben, um die Lagerstellen, die bereits gut funktionieren und von Regierungen anerkannt, wo noch lange ein Abbau möglich ist. Und das wird ein ganz spannendes Thema für die Investoren. Wir haben seit 2021, September, nicht mehr gesprochen. Wie hat sich der Minenmarkt und vor allem auch das Minenumfeld seither verändert? Ich glaube, es ist sehr viel schwieriger geworden, einmal auf der geologisch-politischen Seite, weil die Hindernisse, eine Mine in Gang zu setzen, aber auch Minenvorkommen zu finden, also Vorkommen, Rohstoffresources im Boden zu finden, die sich wirklich in einer überschaubaren Zeit hin zu einer Mine entwickeln lassen, das ist ein ganz, ganz schwieriges, noch viel schwieriges Thema geworden als zuvor, mit unglaublich vielen Stolpersteinen. Und das andere, was sich natürlich auch verändert hat, ist, dass Kapital ist reichlich vorhanden in der Welt, aber es wandert immer dahin, wo die besten Aussichten sind. Und der große Konkurrent im Vergleich zu vor 20 Jahren und vorher immer wieder ist natürlich jetzt die moderne Technologie, die Einführung von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence und, und, und. Das heißt, für das spekulative Geld, und das ist positiv gemeint, das Wort spekulativ hier, das Geld, was bereit ist, in Risiken zu gehen, und das Geld braucht man immer zu allen Zeiten und gibt es immer zu allen Zeiten, hat natürlich Alternativen zum Investieren von Minen. Und das ist eben in diesem Bereich dieser Technologie, sodass das Geld nicht so sehr hinter jedem Projekt im Minensektor hinterher rennt. Und was halten Sie von den Gerüchten, dass beispielsweise ein Star-Investor wie Elon Musk, mittlerweile der reichste Mann der Welt, zumindest in öffentlichen Zahlen zufolge, nun scheinbar in eine Silbermine investieren möchte, mit dem Hinblick darauf, dass er zwei, drei sehr rohstoffintensive Unternehmen führt, wie beispielsweise Tesla, die im ersten Quartal 450.000 Autos verkauft haben und im Jahr 2030 Absatzzahlen von 20 Millionen Fahrzeugen pro Jahr erwarten, wo ja sehr, sehr viel Silber benötigt wird. Also in jedem Tesla stecken drei Unsen Silber. Was würde sowas für den Silbermarkt bedeuten, Herr Dr. Elsässer? Ja, ich predige ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass die meisten Rohstoffpreise für Metalle, Edelmetalle und andere Rohstoffvorkommen viel, viel zu niedrig sind. Die Geologen rechnen das nie sauber durch. Vom ersten Finden eines potenziellen Vorkommens, meistens durch Prospektoren, also Einzelkämpfer draußen im Busch oder im Urwald, bis hin schließlich zu einem funktionierenden Abbau einer Mine. Es gibt kaum eine Gesellschaft, die da das gesamte Kapital, die Zeit, die da alles investiert oder bis das so weit ist, dass da eine vernünftige Rendite raufkommt, wird nicht gerechnet, weil meistens auf dem Weg dahin so und so viele Explorationsfirmen pleite gehen und das Kapital der ersten Investoren komplett verwässert wurde und, und, und. Und das wird nie einkalkuliert und eingerechnet. Und insofern glaube ich, dass wir, wir werden es zu tun haben in den nächsten Jahrzehnten mit einer Verknappung im Angebot von Rohstoff auf dem Markt in vielen Bereichen und worüber sich die meisten Konsumenten oder Menschen gar nicht im Klaren sind, ist in vielen Sektoren, an wie wenig Minen vorkommen, überhaupt unsere ganze moderne Welt hängt. Es gibt Bereiche, da gibt es vier Minen auf der Welt und das ist es. Und wenn in der einen eine Flutwasserkatastrophe ist oder eine Sobotage oder ein Streik oder die Regierung dazwischen funkt, sieht das ganz übel aus. Und das andere ist, dass noch in vielen Metallbereichen, sehr wichtigen Metallbereichen, wir es nicht mit dem Standard zu tun haben, den an sich die westliche Welt sich wünscht, was die Abbaubedingungen für die Umwelt, aber auch für die Arbeiter dort angeht, dass diese Standards überhaupt nicht erfüllt sind, sondern da werden mehrere Augen zugedrückt. Die Konzerne kaufen von Mittelsmännern, die in neutralen Ländern wohnen und leben und arbeiten. Und dann können die sagen, jawohl, wir haben hier ganz saubere Materialien erworben, aber die Zufuhr, der Supply dieser Rohstoffe stammt de facto von Leuten, die barfuß im Wasser stehen und Kinderarbeit und und und. Da soll man nicht so tun, als wenn das alles Palette ist. Und das wird natürlich auch zu Recht im Laufe der nächsten Jahre, wird das garantiert, natürlich mit Gegenwiderständen, aber das wird peu à peu zurückgeführt. Und alleine daher wird ein unglaublicher Preisdruck kommen, nach oben. Ja, wir haben ja die übergeordnete Klimaagenda und Ideologie, die sich sozusagen allem überordnet, nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen, sieht man diese Tendenz ganz stark, was natürlich auch dahin führt, dass es sehr viele Rohstoffe benötigen wird. Zeitgleich versuchen allerdings Großbanken, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, ich weiß, Sie nennen sie nicht gerne, aber darüber gibt es ja zahlreiche Berichte. JP Morgan zum Beispiel schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten als größter Silberpreis-Manipulator. Auch die Deutsche Bank wurde verklagt. Seit Jahrzehnten drückt man die Preise. Sehen Sie die Chance, dass diese Manipulationen, die da nach unten stattfinden, irgendwann enden? Und wann wird dieser Moment kommen? Was erwarten Sie? Ich habe in meinem langen Investorenleben die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, immer auf die Wahrheit zu setzen und nicht auf eine Spekulation, wann sich etwas ändert. Die Zeit vergeht eh und von daher ist die bessere Bank, dass man auf die Wahrheit setzt und geduldig abwartet, sofern man keinen Einfluss nehmen kann. Und es ist sonnenklar, dass der Silberpreis in der Tat, egal von welcher Seite und aus welchen Gründen, viel zu niedrig runtermanipuliert wurde und wird. Aber viel schlimmer ist, dass einfach die Marktteilnehmer, aber eben auch die Geologen, die für die Minen zuständig sind, wo Silber als Abfallprodukt, als Nebenprodukt produziert wird, die haben das traditionell akzeptiert. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn im Kopf eben drin ist, Silber ist in der Range von X bis Y zu haben, ob das richtig oder falsch ist, spielt keine Rolle. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Und die Maulesel traben sie daher und verkaufen den Kram viel zu billig. Und Silber hat eben eine ganz schwache Lobby. Warum? Weil eben die meisten Minengesellschaften Silber als Nebenprodukt haben. Und das interessiert einfach auf Deutsch gesagt das Management nicht. Bei dem jetzigen Silberpreis von etwa 23 Dollar kann ja jeder Mensch sich ausrechnen, dass das sich ja sauber kaufmännisch überhaupt nicht rechnen kann. Dann sozusagen ein Abbau in den höchsten Regionen der Anden in Südamerika. Transportversicherung hin zu Großhändlern zur Schmelze. Dann von der Schmelze rüber nach Europa oder nach Perth in die Münzanstalten, die staatlichen. Dann wird es gemünzt. Die Prägung muss sein und, und, und. Die ganze Kette all dieser Menschen, die da involviert sind, die auch alle was verdienen müssen daran. Und das soll dann schließlich, wenn es auf dem Tisch des neuen Besitzers landet, die Unze natürlich mit Mehrwertsteuer drauf in manchen Ländern, das soll dann mal für alle befriedigend kaufmännisch erfolgreich 23 Dollar gekostet haben. Wenn ich zwei Bücher von Europa mit UPS ins Ausland nach Asien schicke oder nach Amerika, kostet es ja schon mehr. Also das Ganze ist ja ein Witz. Es wird einfach nicht genug kaufmännisch drüber nachgedacht. Wer sind denn die Profiteure von diesen enorm günstigen Silberpreisen? Also wir haben ja mit Basel, ja? Die Konzerne, die Silber kaufen. Okay. Und wie sieht es bei den Zentralbanken aus? Also wir haben ja bei den Zentralbanken enorme Goldkäufe gesehen letztes Jahr. Seit Basel 3 haben wir ja auch Silber als ein Asset, der eben mit aufgenommen wurde. Als Sicherheit sehen Sie auch hier eine Tendenz? Oder erwarten Sie eher, dass die Zentralbanken bei Ihrem guten alten Gold bleiben? Ja, also die Zentralbanken sehe ich ja insgesamt sehr kritisch. Die Zentralbanken waren ja die Steinvorlage. Im Jahr 2000, Sie haben ja Zuhörer, die damals auch schon erwachsen waren. Im Jahr 2000, darf man nicht vergessen, hat das Gold, die Unze Gold, ja 270 Dollar gekostet. So, Jahr 2000 ist nicht so ewig her. Also wie gesagt, wir reden über die Jetztzeit. 270, jetzt haben wir 1.900. So, also das ist ja ein Bock im Geschäft gewesen. Und warum war es 270 Dollar? Jeder wusste ja schon damals, dass Gold rar ist, dass es immer einen Wert hat und eine ganz besondere Assetklasse ist. Warum war es? Weil hochlöbliche Beamte in den Zentralbanken Europas vor allem, die die Weisheit besessen haben, dass Gold ja ein altmutisches Ding ist aus der Pharaonenzeit und dass es Unsinn ist, da investiert zu sein und haben zu Preisen von 270 bis runter 220 Dollar, haben sie eben schön Gold verkauft. Und das ist natürlich immer ein Kaufsignal. Also von daher würden wir sagen, wenn wir in England wären, the Queen is not impressed. Also da würde ich sagen, Schulnot für 5 für diese Bande da. So, und ich meine, die Zentralbanken kaufen viel zu wenig Gold. So, wenn sie wirklich das Interesse eines, also die nationalen Zentralbanken, wenn sie wirklich das Interesse des Volkes im Auge hätten, müssten sie viel, viel mehr Gold kaufen und niemals eine Unsegold abgeben. Bis hin natürlich zu der Überlegung, wo liegt das physische Gold und ist es wirklich physisch? Bei der Zentralbank, das ist ja eine alte Thematik, die in vielen Ländern ja bis heute nicht beantwortet wird. Es schlicht und einfach wird ja einfach sabotiert. Es ist ja auch ein absolutes Unding, denn nur das physische Gold ist ja das Gold, auf das sie sich verlassen können. Ein Anspruch aus Auslieferung von Gold, was vielleicht gar nicht da ist. Physisch ist ja de facto in der Krise nichts wert, aber man muss sich über eins im Klaren sein. Die Zentralbanken, egal wie viel Gold sie kaufen, werden ein Teufeltum, sozusagen einen Goldboom in Gang zu setzen oder sozusagen der Goldlobby beitreten. Denn sie müssen ja versuchen, den Zentralbanken, die Papiergeldstabilität zu suggerieren. Und Gold ist da der Gegenpacht. Und von daher werden die Interessen der Zentralbanken immer auf der Papiergeldwährungsseite sein. Also auf die darf man nicht setzen. Ich glaube, man soll den Zentralbanken ohnehin mal die Frage stellen, wenn man denn selbst das Fiat-Geld druckt und vermehrt und für Inflation sorgt, warum man denn eigentlich Gold auf der anderen Seite kauft und den Menschen nicht dasselbe empfiehlt. Aber darauf werden wir wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Sie haben ja gerade die Zentralbanken und auch die lokalen Zentralbanken, also in dem Fall beispielsweise die Bundesbank erwähnt. Bei der Bundesbank geht ja gerade der große Schlag rum, dass scheinbar 650 Milliarden Verluste in den Büchern stehen durch die Anleihengeschäfte. Ja, ist sowas heute noch vertretbar? Wie würden Sie denn als Zentralbänker investieren und das Vermögen strukturieren? Sie haben ja gerade schon angesprochen, Gold ist unterbewertet. Allerdings haben wir letztes Jahr auch bei den Schwellenländerzentralbanken ein 55-Jahres-Hoch gesehen, was sozusagen ein All-Time-Heider-Zentralbank-Nachfrage ist. Was machen denn die westlichen Zentralbanken falsch, was vielleicht diese Schwellenländerzentralbanken besser machen? Ja, der Punkt ist der, als die Bundesbank noch sozusagen die Hosen anhatte in den 80er Jahren, 70er, vielleicht auch 90er Jahren, da habe ich damals viele auch pensionierte Direktoren von Landeszentralbanken in Deutschland kennengelernt. Das waren absolut beeindruckende Persönlichkeiten, die wirklich in dem Bewusstsein lebten, dass sie absolut unabhängige Leute sind, völlig loslöst von Politik. Und auch, es gab ja den früheren Journalisten Karl-Otto Pöhl, der, ich glaube, über Parteibuchkarriere und so weiter schließlich Bundesbankchef mal wurde, bevor er dann Teilhaber beim Bankhaus später wurde. Und da hatte jeder gesagt, oh Gott, oh Gott, der ist über Politik ja auf den Job gekommen und Journalist und blablabla. In der Sekunde, als der Bundesbankpräsident war, war der wirklich eine unabhängige Persönlichkeit, der sich rein der Währung gewidmet hat. Und das war der Erfolg der Deutschen Bundesbank. Und deshalb ist die D-Mark eine sau-super-Währung geworden. Und wenn es nicht zum Euro gekommen wäre und man die D-Mark hätte weiterführen können, würde die D-Mark heute, also der Schweizer Franken, der wäre ja praktisch beim 100-Meter-Lauf im Startblock hängen geblieben, der Schweizer Franken. Und die D-Mark wäre praktisch schon 10 Meter vom 100-Meter-Ziel. Das darf man sich nicht vor Augen halten. Das war die Leistung dieser fantastischen Bundesbanker. Und der Fehler ist einfach der, dass die Zentralbanken in den meisten Ländern, auch in Deutschland, de facto sich vor den Karren der Politik haben spannen lassen und nichts anderes. Alleine die Tatsache, dass wir eine lange Phase hatten, eine Nullzinspolitik für Sparguthaben, kann ja heute, und jetzt haben wir es nicht mehr, kann ja im Rückblick überhaupt kein Mensch mehr Ihnen normal erklären. Das hat ja mit einem Konjunkturprogramm gar nichts zu tun gehabt. Das war der Wunsch der Politik oder einiger Politiker. Und die Zentralbanken haben das durchgeführt. Die Vorstellung, das hat es ja überhaupt in der Wirtschaftsgeschichte in tausend Jahren noch nie gegeben, dass Leute in normalen Währungen, vom Schweizer Franken abgesehen, ist ein Sonderfall, dass man einfach Leuten zugutet, gearbeitet zu haben, gespart zu haben, Kapital zur Verfügung zu stellen, was absolut ein entscheidender Faktor für eine Wirtschaft ist, und sagt, H über H, du kriegst nichts. Das wäre so, als wenn die Regierung verfügt, alle gehen zur Arbeit und alle Beamten haben keinen Lohn. Oder ich vermiete eine 50 Quadratmeter Wohnung an Studenten und der sagt, ich zahle nichts. Das haben wir den Zentralbanken und unserem Duckmäusertum zu verdanken. Also die Zentralbanken haben komplett versagt und ihr, das ist ja meine persönliche, private Meinung, haben total versagt und auf Deutsch das Wohl der Bevölkerung schlicht gelassen. Wir hatten im letzten Zinsschritt 0,25 Prozentpunkte aufwärts, trotz der Information, die vorlag, dass in Deutschland mittlerweile offiziell die Rezession bestätigt ist. Jetzt stelle ich mir doch die Frage, wo die Prioritäten liegen. Man möchte langfristig zwar aus Sicht von Christine Lagarde das 2-Prozent-Ziel erreichen, die Inflation zieht jetzt aber im Juni von 6,1 auf 6,4 Prozent wieder an. Und hier sind wir nur bei der offiziellen Zahl. Spiegel oder Welt war es, glaube ich, hatte einen Artikel veröffentlicht, dass die gefüllte Inflation nun bei 18 Prozent liegt. Das heißt, das ist das, was die Menschen wirklich bei sich spüren. Das ist das, was den Menschen am Monatsende übrig bleibt. Wie ist es vertretbar, dass eine Zentralbank mit diesem Wissen, dass wir eine derartige inflationäre Situation haben, weiterhin die Zinsen anhebt? Im Wissen behaupte ich jetzt einfach mal, das ist jetzt meine Meinung, dass man die Inflation damit auch nicht einfängt. Also wie beurteilen Sie dieses Katz-und-Maus-Spiel? Man versucht ja genau das, was die Amerikaner jetzt ein Stück weit erfolgreicher geschafft haben, die Zinsen so lange anzuheben, um die Inflation einzufangen. Aber auf der anderen Seite riskiert man damit die Wirtschaft, Arbeitsplätze und lässt die Reallöhne fallen. Das Ganze basiert aus einem vollkommen veralteten nationalökonomischen, volkswirtschaftlichen Denken, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Und den Takt gibt ja die FED in Amerika an. Und man braucht sich ja nur den Herrn Paul, den Chef der FED, anzuschauen. Möchte dem Mann nicht zu nahe treten, aber objektiv muss man sagen, ein zerknitterter alter Opa, dem im Gesicht geschrieben steht, wie sehr er wirklich für das Wohl des Volkes sorgt und ein gutmeinender Mann. Also der kann sich mal eine Scheibe abschneiden an Paul Volker, wie man das ausspricht, und auch am Greenspan und so weiter. Ein so simplistischer Ansatz, ich hebe die Zinsen an und damit ist die Inflation weg. Das hat, ich weiß nicht was, wegen mir 1850 funktioniert. Und wegen mir, die Inflation kommt doch überhaupt nicht von einem Überkonsum. Das kommt doch nicht, die Inflation haben wir doch nicht, weil die Leute billige Kredite kriegen und deshalb fünf Schnitzel essen. Also von meinen Nachbarn hat keiner fünf Autos gekauft mit niedrigen Zinsen. Und wenn die Zinsen hochgehen, kann er sich fünf Autos nicht mehr leisten. Das ist ein Schwachsinn, sondern dergleichen. Wir haben Inflation durch künstliche, politisch geschaffene Fakten, durch Embargos, mangelnde Rohstoffe und alles Mögliche. Vollkommene Verzerrung. Und jede Menge Trittbrettfahrer, die sagen, wunderbar, da erhöhe ich mal auch den Preis um 20 Prozent. Und das wird sich von ganz alleine wieder regulieren. Wenn der Estrich zu teuer ist, dann werden manche Leute in kein neues Haus bauen. Dann haben wir halt ein bisschen weniger Baukonjunktur. Aber die Wirtschaft bricht deshalb nicht zusammen. Und sobald der Estrich wieder billig ist oder den fairen Preis hat, dann wird auch wieder der Estrich gekauft werden. Also du bist Beispiel von mir, aber Sie wissen, was ich meine. Und zu glauben, dass das mit den Zinsen zu tun hat, ist ein völliger Blödsinn. Schon im Baubereich, wenn Sie mal mit richtigen Baudevelopern sprechen, natürlich wird es jetzt viel weniger gebaut erst mal. Aber in Deutschland zum Beispiel, die Zahl der Menschen, die weiter in Immobilien investieren werden, weil sie aber keine politische Amst haben und die überhaupt keine Hypothekenfinanzierung brauchen, ist riesengroß. Ich kann Ihnen Leute nennen, die kaufen jedes Jahr drei Wohnungen und die Rendite ist ihnen fast egal. Hauptsache, sie haben mit Geld in Backsteinen investiert. So wie es Leute gibt, die, ob es regnet oder schneit, jedes Jahr Gold kaufen und andere kaufen jedes Tag, jedes Jahr einen festen Betrag oder mehr. Wenn sie mehr verdienen und Geld übrig haben, kaufen ihre Aktienblöcke. Also das heißt, wir haben mittlerweile einen Konsum und eine Wirtschaft, die in breiten Kreisen, das hört die Politik nicht gerne, völlig losgelöst ist von Zinsen und sonst was. Das ist nacktes, pures Eigenkapital erarbeitet durch fleißige Leute, durch Leute, die 30 Jahre gespart haben, gut investiert haben, Top-Jobs haben und die haben ja weiter diese Leute oder durch große Erbvorkommen, vierte, fünfte Generation und die nicht mehr 80 Millionen haben, sondern Milliarde. So, also die Vorstellung, dass man über ein hohes Zinsniveau die Leute dazu bringt, praktisch zu Hause zu sitzen, in Birkenstockschlappen, zehn Jahre alt, keinen neuen Schuh zu kaufen, nicht mehr in Urlaub zu fahren und Knickebrot zu essen ohne Butter, ist ja absolut lächerlich. Und man muss leider unterstellen, also auch bei dem Foul und so weiter, dass wir es hier, ich nenne das auf Englisch People of Insignificance, Leute der Bedeutungslosigkeit, die bekommen auf einmal eine Plattform und aus reinem Egotrieb sind die super happy, wenn sie jede Woche interviewt werden und die Weltpresse machen. Der Mann hat ja wahrscheinlich die Blüte seines Lebens erreicht, weil er auf einmal ein wichtiger Macker ist. Und von daher wird er nichts tun, die Leute zu beruhigen und sagen, gute, liebe Leute, jetzt ist genug angehoben, fertig. Das müsst ihr machen und dann wird man von dem Mann einmal im Jahr was hören oder einmal im Quartal, dem alten Opa da. Grauenhaft. Schauen wir mal einen Schritt zurück. Danke, Herr Dr. Hälzer, so für Ihre Ansicht. Deutschland schafft sich ab. Man liest es immer wieder, die Deindustrialisierung schreitet voran, die Energieversorgung ist zerstört, die ideologische Politik spricht nur noch von Enteignungen und von Umverteilungen. Viele Deutsche wandern aus, speziell seit 2015, seit der ersten großen Migrationswelle unter Angela Merkel. Auch dieses Jahr und im letzten Jahr haben wir wieder neue Rekordzahlen. Viele Menschen trauen diesem Wirtschaftsstandort nicht. Jetzt haben sie große Teile der Welt gesehen. Was muss passieren, dass sie Deutschland verlassen? Ich werde Deutschland nicht verlassen. Ich habe in der Tat schon in meiner Jugend sehr international gelebt. Das hat sich halt durch die Familie so ergeben. Aber ich habe mir ganz bewusst, auch trotz meiner Internationalität, meine Wurzeln in Deutschland geschaffen. Ich bin Deutscher und fühle mich da sehr wohl. Deutschland ist ein hochinteressantes Land. Und das lasse ich mir von irgendwelchen Politikern, die mal da ein paar Jährchen irgendwo in Berlin rumhocken, doch nicht kaputt machen. Man muss sich halt ein saudickes Fell zulegen. Es ist ganz klar, ich kenne, wie gesagt, die wirtschaftlichen Kaufmenschenfell in vielen Ländern. Da ist der Umgangston sehr viel angenehmer. Die Leute sind positiver. Die Autobahnen sind nicht verstopft. Die Eisenbahn ist pünktlich. Und insgesamt ist einfach mehr Lächeln in den Gesichtern und der Dienstleistungsgrad ist höher. Ich brauche diese Länder, wo das so ist, nicht zu nennen. Das sind sehr viele Länder in der Welt. Aber man muss sich vor Augen halten, das trifft natürlich für viele ihrer Zuschauer und Zuhörer zu. Ich möchte die ermutigen, wenn man einen Beruf hat oder eine Tätigkeit, die sehr davon profitiert, dass eben hier 85 Millionen Menschen unter einem Dach leben, dann ist das eine große Sache. Und ich habe es neulich gesagt, Deutschland ist ein Gorilla. Ein sehr viel bequemeres Leben in Dänemark. Dänemark ist kein Gorilla. Einfach weil Dänemark hat, ich glaube, drei oder fünf Millionen Einwohner. Schweden, da weiß ich es genau, hat zehn Millionen. Österreich hat zehn Millionen. Deutschland achtenhalbmal so viel. Und in sehr vielen Branchen ist es eben so, dass wenn wegen mir in Dänemark es fünf Kunden gibt, Industriekunden, wird es in Deutschland in der gleichen Branche wahrscheinlich Kunden dort geben. So, das heißt, jeder muss sich entscheiden, ist er bereit, mit einem Gorilla rumzukämpfen und die Beschwerden in Kauf zu nehmen. Diese Dezentralisierung in Deutschland ist äußerst mühsam. Wenn ich in England Geschäfte machen will, kann ich mit der U-Bahn-Station von einer zur anderen fahren und treffe alle Spieler in meiner Branche. Kann Mittag essen, bin abends immer zu Hause bei meinen Kinderchen. Wunderbar. In Deutschland muss ich nach Leipzig fahren, am nächsten Tag nach Füssen. Dann sitzt ein ganz großer Kracherbike in Kloppenburg, in einer anderen Oldenburg, dann ab nach Aachen. Unglaublich hart. Unglaublich hart. Aber, und deshalb möchte ich Ihren Zuschauern Mut machen, die also von solchen Dingen profitieren können. 85 Millionen Menschen kann kein Politiker hinweg diskutieren. Und die haben natürliche Bedürfnisse. Also wer zum Beispiel einen Klorreiniger herstellt oder exklusiv Generalimporteur für Klorreiniger einen neuen Trollen werden kann, aus Korea, und hat exklusiv den deutschen Markt. Das ist ja wunderbar. Ja, 85 Millionen Leute benutzen täglich mindestens einmal die Toilettenanstalts. Ja, da muss ich in Österreich lang für stricken, bis ich auf diese Zahl komme. Achteinhalb Jahre länger brauche ich da. Also, das Gleiche mit der verdammten Regulatorik und alles wird schwieriger. Ja, da muss man auch mal nüchtern sein. Da gibt es natürlich ganze Berufszweige. Also ich habe den Beruf nicht. Die profitieren ja ohne Ende. Das heißt, manche Leute sollten sich einfach mal umstellen und sagen, aha, der Wind weht jetzt von links, hier ist Regulatorikende, da gucke ich mal in meinem beruflichen Umfeld, da werde ich doch beruflicher Zertifizierer. Ja, oder beruflicher Umschuler, staatlich Verordneter. Also mein Steuerberater zum Beispiel, ja, der kommt ja aus dem Lachen und Lächeln überhaupt nicht mehr raus. Der ist ja im Paradies gelandet. Dieser ganze Paragrafenflut und, 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 und wie die Finanzämter arbeiten. Paradiesische Zeiten für ganz viele Menschen. Also Fazit, ich bin reiner Pragmatiker. Jeder muss für sich gucken, wo kann ich hier reüssieren? Wenn ich zum Ergebnis komme, ich bin nicht bereit, die Opfer zu bringen und ich kann einfach nicht reüssieren, dann gibt es ja gar keinen Grund, warum man nicht woanders seine Geschäfte macht. So, man kann aber durchaus weiter in seiner gediebten Heimat wohnen bleiben. Da kommt man eben, was weiß ich, zweimal im Monat eingeflogen. Ja, wenn ich gute Geschäfte mache, sind die woanders, wohnen aber weiter in Deutschland und kann auch wegen mir in Deutschland die Steuern zahlen, wenn die günstiger sind. Und anderen Leuten kann ich mir sagen, nicht auf die Angstmacherei reinfallen, sondern den Wind nutzen. Viele Branchen werden absterben, aber man muss ja nicht mit einer Branche sterben. Man kann sich ja neu aufstellen. Man kann auch mit, wenn man 40 Jahre ist, kann man ja auch einen neuen Beruf lernen. Absolut. Und es ist so, Deutschland hat es immer schwer gehabt. Also sie haben immer schon am Genfer See seit Generationen besser gelebt. In Schweden, wo ich viele Interessen habe, da sitze ich auf der Terrasse eines Hauses. Die gleiche Terrasse existierte schon mit dem gleichen Holz, kein Witz, 1910 und auch 1933, 1939. Und da haben die in Ruhe Tee getrunken, während zum Beispiel die Zeit dunkel ist. Aber guck mal an, Hamburg ist jetzt zerbombt worden. Ach, in Danzig sind 30.000 Leute umgekommen. Ist wirklich bedauerlich. Ja, die hatten halt das bessere Regime. Neutralität, keine einzige Bombe gefallen. Letzter Krieg von 200 Jahren. Das muss jeder selber wissen, in welches Umfeld er sich begibt. Und die Zeiten waren ja auch noch nie so gut, dass man das alles herausfinden kann, dass niemand gezwungen wird, irgendwo zu bleiben. Natürlich gibt es für gewisse Leute, je nachdem wie die Interessen sind, eine Wegzugsbesteuerung. Das ist ja ein Skandal ohnegleichen. Über den wird ja nie gesprochen. Der ist ja unter der Merkel-Ära, Gott hab sie seelisch, nicht beinahe gesagt, ist der ja noch verschärft worden unter einer CDU-Regierung. Und das ist ja die Fortsetzung nichts anderes als der Reichsfluchtsteuer. Das muss man sich mal vorstellen, wie sowas überhaupt ethisch eine Regierung zulassen kann bei der Historie. Also Deutschland ein schweres Land, aber voller Opportunities für die, die flexibel sind. Sie haben es gerade gesagt, das Thema mit der Wegzugsbesteuerung, es führt sich auf allen Enden fort, ob jetzt die höhere Bewertung von Immobilien bei der Erbschaftssteuer, ob ein drohender Lastenausgleich. Wir sehen das Thema mit der Heizung. Also die breite Mittelschicht wird natürlich ein Stück weit ausgedünnt. Und die Gretchenfrage ist natürlich schon, welche Märkte sind aus Investorensicht spannend? Wo schaut der klassische Anleger hin? Also wo schaut ein Value-Investor? Wo ist auf diesem Planeten? Wo sind die Emerging Markets? Wo gibt es die Potenziale? Wie sehen Sie das? Wo würden Sie momentan so ein bisschen den Fokus auf der Welt hinlenken? Wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Und es gibt bestimmt auch Länder, in denen eben die Energieprobleme nicht so einen derartigen Einfluss haben werden wie in Deutschland. Was können Sie also den Zuschauern empfehlen, sich mal ein bisschen genauer anzuschauen? Ja, im Prinzip ist es ganz einfach mit gesundem Menschenverstand. Man muss sich von dem W als Kapitalanleger, das hat nichts damit zu tun, ob man im Odenwald wohnt, im Schwabenland oder in Oldenburg. Man muss für sein Kapital international denken und schauen, wo ist es am besten aufgehoben. Also bei Edelmetallen, Gold und Silber hat mit Konjunktur nichts zu tun und auch mit der Regierung nichts. Weltmarktpreis, überall transparent, wunderbar. In Sachen Währungen ist auch ganz einfach. Man muss ja immer nur schauen, wer hat wie performt, wer hat was geleistet in der Vergangenheit. Und das kann man im Prinzip meistens schon fortsetzen. Und da muss man einfach sagen, seine Währung, Währungsbestände in der Schweizer Franken gehabt zu haben vor 20 Jahren, das war einfach eine wunderbare Entscheidung. Und auf diese Währung wird einfach besser aufgepasst als auf ein Euro. Punkt aus Ende. Und das hat nichts damit zu tun, dass das mal zwei, drei Jahre gegenein läuft. Die lange Linie ist ganz klar und fertig. Also Gold und Silber, Währung Schweizer Franken und ansonsten bei den Engagements bei Firmen, also Aktien, Aktienfonds, kann ich nur sagen, sich raussuchen, die internationalen Perlen, die nicht abhängig sind von einer Person im Management und die nicht abhängig sind von einem Land, sondern die bereits heute ein Weltgeschäft betreiben. Weil dann wird es so sein, dass die sagen, ja guck mal an, zurzeit und die nächsten drei, vier Jahre ist Deutschland also sehr mau und da machen wir ja 10 Prozent von unserem Umsatz und da ist kein Wachstum. Aber dafür ist in Indien sehr viel besser und Brasilien hat uns sehr erfreut und deshalb können wir die Dividende erhöhen. Thema beendet. Dem ist völlig wurscht, ob in Berlin der Herr Habeck Bundeskanzler ist oder nicht. Das interessiert ja einen Pfeifendeckel. Das wird kurz und knapp analysiert. Man guckt, man passt sich an. Und ansonsten ist es so, für die vielen deutschen Anleger muss man eben schauen, im Immobilienbereich ist eben dann wegen mir die Zeit, dass auf dem Papier, dass die Immobilien immer mehr wert sind, ist wegen mir vorbei. Aber wenn jemand seine Immobilie gar nicht verkaufen will, weil er ja Mieteinnahmen haben möchte für seine Privatrente, dann gibt es ja durchaus Immobilien. Egal, was Berlin macht, die werden auch weiter eine ordentliche Miete monatlich kassieren. Aber ansonsten muss man natürlich sagen, ist die Frage, wir haben ja keine Diktatur, wir haben ja nach wie vor eine Demokratie. Und ich würde sagen, dass die Masse der Wähler in Deutschland ist schon mittelschichtmäßig orientiert oder gehört zu einer Art Mittelschicht in einer großen Bandweite. Und ich kenne keinen aus dieser Mittelschicht, der an Enteignung interessiert ist, wenn man mit denen privat spricht. Ich kenne keinen, der eine übermäßige Regulatorik wünscht und, und, und. Ich kenne keinen, der schlechte Dienstleistungen von Behörden haben will, und so weiter. Das sind ja keine Anarchisten. Es ist ja nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die die Medien beherrschen. Und die praktisch suggerieren, dass das so sein muss. Und im Prinzip sind die ja bei der nächsten Wahl ruckzuck abgewählt. Es gibt ja auch gar keinen Grund, warum es überhaupt gewisse Parteien gibt. Also eine FDP, es gibt keinen Grund, warum eine CDU, wenn die keine gescheite Oppositionsarbeit leistet, die kann doch in der nächsten Wahl problemlos vier Prozent bekommen, dann ist sie weg. Wir sehen ja, wo die Reise hingeht. Die Leute müssen halt mal zu Hause überlegen, ob sie nicht mal das Heft in die Hand nehmen, auf friedliche Weise, und ihre demokratischen Rechte nutzen, oder ob sie wie die Dattel irgendwo hinterher trotteln. Und das muss man halt so entscheiden. Wenn derartige Oppositionsparteien allerdings medial und politisch stark bekämpft werden, und ich glaube jetzt in dem konkreten Fall in Deutschland sieht man ja, was zum Beispiel mit der AfD passiert, als brauner Bodensatz bezeichnet werden, bei 20 Prozent Wählern aktuell, oder sogar schon vor der SPD, dann lassen sich natürlich in Deutschland besonders viele Menschen davon auch einschüchtern, gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte. Es findet ein ganz krasses Framing statt. Und ich denke, das ist einer der Gründe, Herr Dr. Elsässer, warum viele Menschen sich eben momentan in Deutschland sehr, sehr unsicher sind. Aber um nochmal den Globus in die Hand zu nehmen, China, Russland, Indien, Südafrika, Brasilien, die BRICS-Staaten haben 19 Anwärterländer, unter anderem Iran und Saudi-Arabien. Es entsteht ein neuer Machtblock. Immer mehr wird auch mit Yuan bezahlt. Öllieferungen, der Petrodollar ist in Gefahr. Die Amerikaner stehen mit dem Rücken zur Wand. Was tut sich mit diesem neuen Machtblock gegenüber dem US-Dollar in den Vereinigten Staaten auf? Und was bedeutet das hinsichtlich dieser Veränderung für uns Deutsche im zukünftigen Denken beim Investieren? Mich interessiert nur das private Kapital der privaten Menschen. Und wir leben, Gott sei Dank, und zwar immer so, in Zeiten von Veränderungen, von technologischen Erfinderungen, von Verschiebungen, Verlust an Bedeutung, Zugewinn an Bedeutung gewisser Regionen. Und man muss einfach schauen, für sein privates Kapital, egal wo man lebt und wohnt, egal welchen Beruf man hat, dass man da nicht in einer sterbenden Branche bleibt, dass man nicht auf Gedeih und Verderben mit einer schlechten Phase eines Landes, die vier Jahre dauern kann, zwölf Jahre dauern kann, dass man da nicht runter versinkt, sondern dass man klug ist und die modernen Medien nutzt, sich kundig macht oder den entsprechenden Berater findet, die ein bisschen mehr Durchblick haben, um von diesen Verschiebungen zu profitieren. Und das war ja immer so. In den Gründerjahren, Ende, was weiß ich, 1880, 1890, da war Schluss mit der Handweberei. Da musste man setzen auf die Hersteller von, was weiß ich, nachher Dampfloks. Ja, man konnte die Trends aber in England schon absehen, weil die hatten 50 Jahre Vorsprung und so ist auch heute. Man muss gar kein Genie sein und wenn ich sehe zum Beispiel, dass also das Geschäft mit Energieversorgung über Pipelines schwierig ist, muss man ja schauen, aha, wie wird denn Energie transportiert? Aha, über Tanker. Dann muss ich gucken, wer transportiert was für Energie, was hat sich da geändert? Das stellt man fest, mein Gott, das ist ja ein Riesenexport-Boom zurzeit von den USA, wo gewisse Gase aus dem Boden kommen oder aus den Fabriken und die Abnehmer sitzen in Asien. So, und die kommen dahin nur mit Schiff und das muss immer mehr, weil die Leute bauen jetzt keine Pipelines und die Vorstellung, dass auch in Indien, im hintersten Dorf, die lieben Leute mit Erdgas via einer Pipeline versorgt werden, ist hirnrissig. Also gehört das über mobile Sachen, also muss ich gucken, wer stellt Propangasflaschen her, wer ist der beste Transporteur für Propangas und, und, und. Es gibt also in so vielen Branchen so gute Entwicklungen, die über die Länder gehen und mit steigendem Wohlstand steigen natürlich auch komplizierte Branchen. Es wird immer mehr Länder geben, wo die Leute sich ein Hörgerät leisten können. Zu Recht, Gott sei Dank. So, während früher hieß es halt, der Opa hört schlecht, dann hat er nichts mehr gehört und saß da in seinem Dorf. Während heute gibt es dann ein Medical Center im nächsten Ort, weil da, ich weiß was, eine riesen IT-Firma ist mit 5000 Software-Spezialisten. Die werden sich alle ein Hörgerät leisten können. Und bei den Hörgeräten gibt es nur fünf große Spiele an der Welt. Also man muss einfach ein bisschen auf den Globus gucken und sich ein Bild machen oder eine Überzeugung kommen, an welche Trends glaube ich und auf die muss man kaufen, wenn ich genug setze. Abgesehen von Gold und guten Währungen. Passt da. Jetzt hat China angekündigt, wenn wir uns das nochmal anschauen, den Export wichtiger Metalle einzuschränken. Also wenn wir hier einen Rohstoffkrieg sehen würden, was würde das bedeuten aus Investorensicht im Rohstoffsektor? Also wir haben ja gesehen, das war die Antwort der Chinesen auf die ersten Handelsrestriktionen der Amerikaner und als Vergeltungsmaßnahme des Halbleiterexportstops der USA. Was erwarten Sie hier? Werden sich diese Sanktionen, wie wir es jetzt auch Russland, Ukraine, Deutschland und so weiter gesehen haben, werden die sich weiter hochschaukeln jetzt bei der, ja, ich würde jetzt mal sagen, bei der Teilung der Welt in zwei große Machblöcke? Oder denken Sie, das geht einem Privatanleger spurlos vorbei? Nein, nein, das hängt davon ab, wie die große Politik sich entscheidet. Ich meine, es ist ja ein Armutszeugnis, was da zurzeit läuft und das ist natürlich auch negativ eingepreist. Wenn Sie sich vorstellen, dass der amerikanische Außenminister das letzte Mal mit seinem Kollegen in China vor Ort im Jahr 2018 gesprochen hat, dann gehört der ja geohrfeigt. Das ist ja Arbeitsverweigerung. Wie kann das sein, wo man zuständig ist für wirklich die Geschehnisse in der Welt, dass man einfach sagt, wir reden ja miteinander. Das ist ja absoluter Kindergarten oder schon Sabotage. Also ich sehe einerseits, wenn man optimistisch ist, ein großes, positives Überraschungspotenzial in der Zukunft. Es bedarf ja lediglich eines gescheiten neuen Präsidenten in den USA, der einfach in der Lage ist, sagen wir mal, wie Ronald Reagan und Gorbatschow damals, Kraft Persönlichkeit, einfach mal wieder aufeinander zuzugehen. Man darf ja nicht vergessen, die Chinesen in Anführungszeichen sind ein merkantiles Volk. Keine chinesische Regierung hat irgendwelche Interessen, zurück zur Mao-Zeit zu gehen. Keine chinesische Regierung hat Interessen, die Leute in die Armut zu führen. Das Erwerbsstreben ist tief drin in dieser nationalen DNA. Aber die Leute müssen wieder miteinander reden. Also ich glaube, ein Szenario, wenn man optimistisch ist, ist, dass in den nächsten drei, vier Jahren einfach eine ganze Reihe von sabotagefreundlichen, ideologisch verbrämten Spinnern endlich wegkommen auf Positionen und die Dinge verhindern. Und dann ist im Handumdrehen Kollaboration und 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 Friede und ganz viel möglich. Auf der anderen Seite, wenn man pessimistisch ist, muss man sagen, das wird nur noch verhärteter und dann ist ein Land wie Deutschland ganz schlecht dran. Das wird bedeuten, wir werden ganz viel Geld zahlen müssen für ganz viele Dienstleistungen und Produkte, weil wir selber besitzen gar nichts. Ja. Lär dich aus. Ja, die Entwicklung führt ja mittels der aktuellen Bankenkrise im Hintergrund auch in eine ganz dystopische Entwicklung und zwar, wenn wir uns mal die pessimistische Seite uns anschauen und zwar die digitalen Zentralbankwährungen schwingen im Hintergrund. Man spricht mittlerweile unverblümt darüber. Es gibt jetzt den ersten Gesetzesentwurf zum digitalen Euro, in dem diverse Dinge möglich sind, wie beispielsweise auch Offline-Zahlungen, das heißt ein Ersatz für Bargeld. Diese Entwicklung ist eine Entwicklung, vor der sich viele unserer Zuschauer beispielsweise Sorgen machen, denn verknüpft mit beispielsweise dem digitalen Ausweis, der digitalen IDD kommt, werden damit ja Tür und Tor für kommunistische Kontrollgedanken und sonstige Orwellschen Albträume geöffnet. Wie beurteilen Sie diese digitale Zentralbankwährungsentwicklung, was hier gerade im Hintergrund passiert? Ich glaube, FedNow startet nächsten Monat in den USA, also die erste US-Zentralbankwährung. Was halten Sie davon? Ich bin schon seit früher Jugend ein absoluter Feind von jeglicher Zentralplanwirtschaft, von Funktionärsdiktatur, von Unfreiheit, weil es ist so, das sind Machtgefüge von Menschen, die machthungrig sind, häufig Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen, die irgendwo einen Schuss abbekommen haben und die es einfach lieben, ja das ist so, die es einfach lieben, plötzlich an der Macht zu sein und in Kombination mit der Mediendiktatur selber überrascht sind, was sie alles durchsetzen können. Und man muss eben wirklich sich für die für Toleranz, ich habe das in Singapur erlebt, Singapur wird immer verteufelt, da habe ich fünf Jahre gelebt, da leben die Chinesen, die Malay, die Inder, Expatrips aus der ganzen Welt, friedlich zusammen, weil es klare Regeln gibt, man darf den anderen nicht missionieren, jeder wird gelassen auf seinem Gebiet, dann kann man sehr friedlich und sehr tolerant zusammenleben, ja, die Verteufelung von Singapur in manchen Medien ist einfach nicht richtig. So, und von daher sind jegliche Trends, dass eben man die Wahrheit nicht sagen darf, dass die, dass ein Andersdenkender ausgegrenzt wird, dagegen muss man mit Vehemenz angehen, so, und die Vorstellung, dass ein paar volkswirtschaftlich orientierte Hanseln praktisch eine Oberkontrolle über die Zahlungsströme haben wollen, ist von Grund auf abzulehnen. Es gibt überhaupt keinerlei kaufmännische Veranlassung dazu, ganz im Gegenteil, wir sind über die Technologie ja so weit, dass wir an sich überhaupt gar keine Zentralbanken brauchen. Im Prinzip gehört ja die Hälfte von dem gesamten politischen und volkswirtschaftlichen Apparat ja abgeschafft. Und gerade deshalb ist ja die Präsenz in den Medien so radikal geworden, weil die genau wissen, an sich sind überflüssig. Das ist ja das Gleiche bei dem Aufbau von Behörden und Beamtentum und so weiter. Mit der heutigen Technologie müssten wir an sich nur noch ein Zehntel des Apparates haben. Das geht ja hocheffizient. Stattdessen so umgekehrt wird die Bürokratie immer größer aufgebaut und weil im tiefsten Inneren, da sind ja nicht nur dumme Leute, das sind ja auch sehr schlaue Leute, im tiefsten Inneren wissen die, dass die mit einem Finger schnippst, wie damals das SED-Regime von einem Tag auf den anderen, bitte treten Sie zur Seite, wir brauchen sie nicht mehr. Und so ist das bei ganz vielen dieser Leute, aber wir haben leider da einen Aufenthalt, das kam natürlich auch durch diese Erkenntnis in den Corona-Zeiten, dass auf einmal politisch orientierte Leute erkannt haben, Donnerwetter, es gibt ja gar keinen Widerstand, die akzeptieren das ja, da gehen wir einen Schritt weiter. Und die Gefahr war immer in der Geschichte die, wenn jemand wo sitzt, und auf einmal merkt er, ich werde ja gar nicht bestraft, wenn ich eine Sauerei mache. Es merkt keiner. Oder ich kriege ja sogar Applaus. Dann entscheidet sich, was für ein Mensch da ist. Und das habe ich ja in meinem Buch, diese sechs entscheidenden Lektionen des Lebens, sehr genau beschrieben, dieser fehlende Wertekatalog, wo sich auch die jungen Leute ganz früh über sich selber klarer sein müssen. und ich freue mich sehr, dass das Buch auf Platz sieben der Bestseller ist. Dass es doch Leute, ich will keine Werbung machen jetzt, aber dass auch so viele junge Menschen sich dafür interessieren, dann entscheidet sich jemand, ob ich sage, Mensch, guck mal an, ich werde nicht bestraft, ja, dann mache ich mal eine richtige böse Sauerei. Ist gar nicht gut für die anderen, gut für mich. oder wir haben jemanden da, der sagt, okay, ich muss hier etwas in Gang bringen oder mich einsetzen für etwas, was sich in 30 Jahren positiv auswirken wird. Und da haben wir im Moment einfach eine wirkliche Schieflage und haben mangelnde Vorbilder und deshalb sind eben die Menschen auch so irritiert, sie wissen nicht mehr, an wen sie halten sollen. Und das ist eben sehr traurig, aber das kann man ändern. Vielen Dank auch für diese Einsicht. Die sechs entscheidenden Lektionen des Lebens heißt dieses Buch. Wir verlinken es genau wie den YouTube Kanal von Herrn Dr. Elsässer unter dem Video. Ich werde es mir auf jeden Fall zu Gemüte führen, habe ich sprechen, wer das Gespräch verfolgt hat. Wir hatten gerade schon eine erste Aufnahme, die ist leider gefloppt, aber wir werden versuchen, den einen oder anderen wertvollen Schnipsel hier noch mit rein zu mixen, dass er euch nicht wundert. Ich bedanke mich schon mal bei Ihnen und freue mich drauf, wenn wir uns wieder hören. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne auch beste Gesundheit und lasse Ihnen natürlich das Schlusswort für das heutige Gespräch, das mir viel Spaß bereitet hat. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen, Herr Kettner. Ich kann Sie nur mutigen, bleiben Sie weiter sehr engagiert, setzen Sie Ihre Ziele hoch, das würde ich jedem raten, lassen Sie sich nicht den Schneid abkaufen, man verhungert nicht so schnell und es gibt ja nur zwei Sachen, entweder das möchte ich jedem mitgeben, entweder hat man Erfolg oder man hat etwas gelernt, dazwischen gibt es nichts. Insofern lohnt sich Engagement und man muss sich selber für seine Interessen einsetzen. Der beste Vertreter Ihrer eigenen Interessen sind nur sich selber und da ist jeder gefordert und da ist für jeden in der Tüte super viel drin. Zum Buch von Herrn Dr. Elsässer geht es hier. Einfach mal rüberklicken und euch eins bestellen. Ansonsten das letzte Gespräch mit Herrn Dr. Elsässer verlinke ich hier an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön und wir sind für heute raus. Euch allen alles Gute. Ciao. Ciao.